Derzeit erwägt die Bundesregierung, ob Kurse oder Prüfungen für E-Bikes verpflichtend sein sollten. Dabei wird eine Unterscheidung nach Altersgruppen vorgenommen. Elektrovelos sind weiterhin sehr beliebt. Fast 220 000 Exemplare wurden im vergangenen Jahr verkauft. Mit der steigenden Nutzung erhöht sich aber auch die Anzahl an Unfällen. Dagegen will das Bundesamt für Straßen, Astra, etwas unternehmen. Deshalb stehen nun laut der Sonntagszeitung eine Prüfung oder obligatorische Kurse im Raum. Das Amt lässt dazu derzeit einen Katalog zur notwendigen Fahreignung, Fahrkompetenz und Fahrfähigkeit erstellen. Darin wird nach Alterskategorien differenziert. Im kommenden Jahr soll der Bericht abgeschlossen werden. Das Amt schreibt, das Astra will die Sicherheit von E-Bike-Fahrenden verbessern. Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Unfälle fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr verunfallten 2267 Personen mit einem E-Bike. 2018 lag diese Zahl noch bei 1160. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung, BFO, kommt es zu doppelt so vielen schweren oder tödlichen Unfällen wie bei normalen Velos. 2022 erreichte die Zahl der tödlichen Unfälle mit einem E-Bike mit 23 einen neuen Höchststand. Die Statistik zeigt auch auf, dass ältere Personen besonders gefährdet sind. Pro 100 Millionen gefahrenen Kilometern verunfallen bei den über 80-Jährigen über 500. Bei der gleichen Distanz liegt die Zahl bei den jüngeren bei einhundertsten. Die Elektro-Velos der Kategorie M gehören den Motorfahrrädern an. Wobei zwischen schnellen E-Bikes bis 45 Kilometern pro Stunde und langsamen bis 25 Kilometern pro Stunde unterschieden wird. Das Mindestalter für die Benutzung beträgt 14 Jahre. Zudem muss bei den schnellen E-Bikes eine gelbe Nummer montiert und ein Helm getragen werden.